Guten Tag und herzlich Willkommen. Heute habe ich ganz was Spezielles für dich und zwar wieder mal etwas zum Orakel, aber das sind die märchenhafte Impressionen, die dich jetzt erwarten werden. Ja, das sind ganz spezielle Karten in Großformat, aber mehrere werde ich noch danach zeigen in diesem Video. Ich muss das nur noch aufreißen, das Ganze, weil ich drücke immer nur noch ein paar aus, um dir zu zeigen, wie sie in der Natur aussehen. Und zwar mutig wie Rothäppchen. Finde deinen Weg. Das ist die Karte Nummer 1 zum Beispiel. Hintergrund ist auch ganz schön in Gold gestaltet. Wie Aschenputtel erkenne deinen Wert. Diese Karte. Oder goldene Angelegenheiten. Wie Rumpelstüffchen Nützen. Das ist diese Karte. Oder wie Dornrösschen erwache zu neuen Möglichkeiten. Es sind die Sprüche für den Tag, aber wenn du auch eine Frage stellst, wirst du auch eine Antwort von diesem Orakel bekommen. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei dem Orakel, falls du auf märchenhaften Bilder und überhaupt auf Märchen stehst. Alles Gute, dein Vadim. Ciao, ciao. Alles Gute, dein Vadim. Motion Elements Motion Elements Motion Elements Motion Elements Motion Elements Oh, es ist der Lammz. 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 Oh, es ist der Lammz.